Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi zusammen. Ich bin Oli Verlierer. Der beste Vlogger im ganzen Universum. Aber vielleicht nicht mehr lange. Meine Schwester Trebi versucht mich umzubringen. Angefangen hat alles, weil ich ihr Tagebuch gelesen habe. Ich also schon in ihrem Zimmer und dann kommt sie rein. Was machst du da? Äh, gern nichts, nichts. Wieso? Ich bringe dich um! Und heute entdecke ich das. Wie geht das? Ein Stolperdraht. Ein Stolperdraht fürchtet jeder Soldat. Wikipedia sagt Stolperdraht, Sprengfalle. Eine Vorrichtung, um den Gegner zu töten oder zu verletzen. Die Bewegung des Drahtes zündet einen Sprengstoff. Paps! Die Trebi wird mich umbringen! Oli, sie ist 9. Aber Paps! Weha! Ich weiss schon, warum ich eine Hände trage. Check! Jede kleine Spurierung kann tödlich sein. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Im Kampf gegen den Übermächtigfeind. Hallo? Ist das die Schweizer Armee? Ich würde den Kriegsfall melden. Also eigentlich eine Falle. Was? Nein, ich bin noch eine Jagdszene. Hallo? Ich muss den Sprengsatz selber entschärfen. Wo ist die Zange? Oh! Ein Blindgänger. Noch mal Glück. Soldat, alle Verlierer melden sich ab. Scheisskrieg.